So, ich melde mich auch mal wieder. Ich habe es jetzt geschafft, die Märklin Baureihe 288, die Doppellok fertig zu machen, zu digitalisieren und zusammenzusetzen. Gefilmt habe ich es jetzt nicht, wie man die digitalisiert gibt es mehr als genug Videos, wie man Lok auf digital umrüstet. Ich wollte es einfach nur mal beweisen, dass sie auch fährt und sie läuft. Sound habe ich jetzt klein eingebaut. Das einzige, was ich gemacht habe, ist das Schlusslicht schaltbar, auch mit der Fahrtrichtung wechselnd, im Großen und Ganzen fahren tut sie. Ich drehe das mal rum, dass man es ein bisschen sieht. Dann sieht man das Schlusslicht. Da hatte ich das Spitzensignal so, wie ich es gern hätte oder habe. relativ gedimmt, weil es ist ein Lok, kein Auto. Ich brauche da kein helles, strahlendes Licht. Ja, also sie fährt einwandfrei. Sie hat jetzt auch schon Testrunden auf der Vereinsanlage drehen müssen, ohne Fahrzeug, ohne Zug. Also alles kein Problem. Hat sehr gut funktioniert, der Umbau. An den Decoder-Einstellungen muss ich jetzt noch ein bisschen was ändern. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Aber ich habe ja Zeit. Irgendwann werde ich das machen. Ja, also ich wollte es mal zeigen, dass ich sie fertiggestellt habe, dass sie fährt. Wir haben ja auch dieses Projekt abgeschlossen. Vielleicht noch ein wenig, ja, ob sich das lohnt, so ein Umbau. Da bin ich ganz ehrlich, nein. Wenn man bloß eine Lok umbaut, rentiert sich das nicht. Wenn man mehrere Fahrzeuge auf zwei Leiter umrüstet, dann rentiert sich das Ganze dann schon eher. Weil allein das Werkzeug hat fast, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, knapp 600 Euro gekostet. Nur das Werkzeug und die, ja, eingerechnet auch den, der mir die Achsen abgedreht hat. Beziehungsweise die Radscheiben abgedreht und die Löcher aufgebohrt, wo die Achse eingesteckt wird. Also es rentiert sich nicht, wenn man nur eine Lok umbaut. Alles in allem habe ich jetzt knappe, ja, knappe 900 Euro für die gesamte Lok bezahlt. Das ist dann doch schon ein ganz schöner Happen. Also man muss sich da wirklich im Klaren sein, was man da macht und dass es auch wirklich viel, dass es nicht gerade günstig ist. Aber sie funktioniert, ich bin zufrieden. Jetzt habe ich quasi ein Einzelstück. Ich weiß, die Lok gibt es auch von Dricks, aber mir ist nicht bekannt, dass es die Lok von Dricks in Rot gibt. Nein. Nein. Na ja, soweit dazu. Dann wäre das erledigt, dieses Projekt. Fahrvideo wird es wahrscheinlich erstmal keins geben mit der Lok und dem Zug. Man fehlt einfach die Zeit dafür. Und ohne Ausstellung macht es ehrlich gesagt dann auch keinen Spaß. Na ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und habt weiterhin viel Spaß mit dem doch recht schönen Hobby. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.